Kennen Sie das? Sie sitzen im Auto und fliegen einfach so raus. Hier ist HaterTV mit den Nachrichten. Der GTA 4 Hater, unser Held und Führer, ist nun seit einem Jahr auf YouTube. Sammler mich, oder fahren wir fort. Der berüchtige Bankmörder hat wieder zugeschlagen. Hier haben wir ein Handy wieder von dem Vorfall. Wie man sieht ist größte Vorsicht geboten, falls Sie eine Bank sind. Als nächstes geht es um eine kleine Reportage, in der sich unser verehrter Herr Hater um Obdachlose gekümmert hat. Der GTA 4 Hater, ein Mann der sich um sein Volk kümmert, selbst oder sogar gerade um die untermittlere, untere, mittlere, obere, untermittlere, untere Schicht, oder kurz, die Penner. Hast du mal einen Sinn für mich? Wofür brauchst du denn so viel Geld, du Schmarotzer? Nur ein Sprot, dann geht's weiter. Kennen Sie das? Sie sind Auftragsmörder. Aber schaffen es einfach nicht, rechtzeitig zu Ihrem Opfer zu kommen. Da sind wir wieder. Weiter geht's mit einem tragischen Unfall, der sich heute Nachmittag zugetragen hat. Dabei wurde zum Glück niemand. Ich wiederhole, niemand verletzt. Neueste Meldungen besagen, dass Explosionen in Zeitlupe Kohl sind. Neueste Polizeitechniken erlaubt es dem Staat erheblich bei der Verbrechensbekämpfung zu helfen. Da wären zum Beispiel eine neue Ausweichtechnik und eine neue Waffe. Gewinnspielteam. Schaffe ich diesen Sprung? Schreibe jetzt ein Kommentar. Eilmeldung. Vor allem hatte der Gta-4 hatte einen Autounfall. Mal wieder. Schon früh morgens steht ein Hatter auf, um sein Essen zu jagen. Zuerst sucht er sich ein Opfer und dann auf es drauf zu springen. Hier schlug der Angriff leider viel und der Hatter geht leer aus. Oft sucht sich ein Hatter auch schon geschwächte Nahrungsquellen aus, da sie einfacher zu fangen sind. Mit einem schnellen Angriff wird die Beute getötet. Doch auch mit ausgeklügelten Fallen fängt sich ein Hatter seine Nahrung. Nachts ist die Jagd für einen Hatter besonders einfach. Nach dem Schlagen seines Opfers überrascht er mit schnellen Angriffen. Was habe ich für dich getan? Du denkst du dich hartst? Na, Na! Ich habe ihn. Ich habe ihn, Scheiße! Oh, scheiße! Nun folgt der Spielfilm, der Container. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017